Ich bin Werner Gargermann, der Geschäftsführer der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz Amts. Und ich sage Ihnen hier oben im Jungfrau Joch, warum Sie am 27. September die Anstimme zur Begrenzungsinitiative. Die Begrenzungsinitiative will, dass die Schweiz die Zuwanderung wieder eigenständig regeln darf. So wie die allermeisten der 194 Länder der Erde. Ich bin auf dem Jungfrau Joch, top auf Europa, stimme am 27. September die Anstimme zur vernünftigen Begrenzungsinitiative. Wir müssen mit den Begrenzungsinitiative die EU-Zuwanderung korrigieren bzw. stoppen. Wir müssen sie wieder selber regulieren können. Das Ja zur Begrenzungsinitiative heisst nicht, dass wir nachher keine ausländische Arbeitskräfte einholen können. Die Leute, die wir sinnvoll brauchen, können wir immer noch holen. Die Begrenzungsinitiative heisst auch nicht, dass die bilaterale Wegfertigung ist. Das ist uns kein Überzeug. So wie italienische Mineure geholfen hat die Jungfrau Joch, wo können wir weiterhin für ausländische Arbeitskräfte erzählen. Aber wie gesagt, wir sagen, wer darf kommen und wer nicht. Also stimmen die Ja am 27. September zur Begrenzungsinitiative, damit wir top of Europe bleiben. Ja zur Begrenzungsinitiative, um unsere Natur, unsere Jugend, unsere KMUs und unsere Arbeitnehmenden zu schützen.